hey nerds willkommen auf meinem channel nerdlife ich möchte euch heute mal die lampe vorstellen von spider-man also ganz simpel eigentlich spider-man lamp design von paladon mit der marvel lizenz gezahlt habe ich 50 euro und die hat mir einfach so gut gefallen dass ich mir die jetzt kaufen musste und jetzt packe ich die aus mache ein kleines unboxing und wir sehen uns nach dem intro so so Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG Jetzt habe ich die ausgepackt und ich weiß nicht, ich finde sie sehr cool Also es gibt ja manche Figuren, die man kaufen kann, die sehen ja irgendwie nicht mal halb so gut aus Und bei dem haben sie sich jetzt irgendwie echt was gedacht Was irgendwie auch sehr cool ist Man kann da unterschiedliche Stärken einstellen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020